Bellingham oder Rainer? Ustdeus. Ich begrüße Sie ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute mit einer Premiere. Ich habe einen Gast bei mir, der noch nie hier war. Deshalb freue ich mich ganz besonders über ihn. Renier ist hier. Hallo. Hallo. Die erste Frage an dich. Die Haare sind wieder schwarz. In der Länderspielpause sind sie wohl verändert worden. Vorher war es blond. Hat dir das blond nicht mehr gefallen? Alli war ein Korte für die Medaille von Oro. Das war die nächste Woche. Ich habe mit meiner Familie geöffnet mit dem Lüro wieder. Und dann bin ich wieder zurück in meinem normalen Haar. Das ist ein kleines Haar, das ist ein kleines Haar, das ich mit ihm verwendet habe. Und das war nur eine sehr schöne Medaille zwischen mir und meiner Familie. Du hast dort die wunderbare Goldmedaille. Vielleicht können wir die mal unseren Zuschauern zeigen. Wow. Das ist eine echte Goldmedaille. Die hat Renier gewollt. Die ist wirklich... Echt, darf ich die mal kurz in die Hand nehmen? Boah. Mein Gott, das ist schwer. Tolle Medaille. Du warst bei Olympia. Du hast sie geholt. Kannst du uns mal beschreiben, was das für ein Gefühl war, bei Olympia zu sein, bei Olympia mitzumachen? Ich habe die Olympia mit 19 Jahren verletzt. Das ist eine große Herausforderung. Das war eine große Herausforderung. Ich hatte das große Herausforderung. Das war eine große Herausforderung. Das war in großen Stadios. Das war eine sehr gute Ausstellung. Das war die Selektionen. Das war die Brasileira. Das war die ganze Herausforderung. Das war die Ziele. Es war für uns eine Sache, die uns sehr glücklich und glücklich war. Wir wussten, dass wir die richtige Sache gemacht haben, um unser Ziel zu erreichen, zu gewinnen, unser Oro Olímpico zu gewinnen. Wir haben drei oder zwei Jahre gearbeitet, das Ziel zu gewinnen, eine sehr schweren Oro Olímpico zu gewinnen. Wir sind alle glücklich, denn das ist alles für uns, für den Brasilien und für unsere Familie. Herr René, du hast die Vorbereitung verpasst wegen der Olympiade. Ich glaube, jeder andere wäre auch lieber bei der Olympiade gewesen. Jetzt war eine Länderspielpause. Hast du die Zeit genutzt, um das Spielsystem unseres Trainers zu verinnerlichen? Ja, ich wusste, dass es für mich sehr wichtig war, für mich in der Prä-Temporary, mit einem neuen Trainer zu gewinnen. Aber ich bin jetzt in der Olympiade, und jetzt bin ich, kurz an, kurz an, zu sehen, die neue Mischung zu gewinnen. Ich weiß, dass ich noch mehr machen muss, damit ich mich in seiner Formation zu gewinnen. Ich bin ein Tag, ein Tag, ein Tag. Ich weiß, dass ich das besser machen kann. Ein Tag, ein Tag, ein Spiel. Spielpotenzial. Vergangene Saison bei einigen Kurzeinsätzen mit ersten Scorer-Punkten. Jetzt mit olympischem Rückenwind zurück beim BVB. Olympia Gold, das erfolgreiche Testspiel in Hagen. Wie viel Selbstvertrauen geben solche Erfolgserlebnisse? Espero ter mais oportunidades, espero jogar, ajudar a equipe que é o objetivo principal para traçar nossas metas dentro da temporada. Fiquei muito feliz com o meu desempenho nesse amistoso e agora é continuar trabalhando, dando o meu melhor no treinamento e quando aparecer oportunidade aproveitar muito bem e dar o meu melhor, que esse é o principal objetivo, dar o meu melhor para o Borussia Dortmund. Ja, es ist dein zweites Jahr jetzt bei unserer Borussia. Welche persönlichen Ziele hast du dir gesteckt? O meu objetivo é jogar, jogar, ser feliz, que esse é o principal objetivo meu e que eu tenho junto com minha família, ser feliz e jogar. O que eu quero é jogando que eu sou feliz e eu tenho também, quero ganhar títulos pelo Borussia, já ganhamos a Pokal na temporada passada e é isso, quero ser feliz, viver minha vida bem aqui em Dortmund e quero jogar com certeza. Em qualos jogadores orienta-se? A quem orienta-se você? A quem aprende-se? Gibt-se talvez um exemplo? Eu sempre procuro focar em mim, mas nosso time tem grandes jogadores, como Marco Reus. No jogo eu procuro ver as movimentações dele. Do Emicam também que fala muito comigo, me ajuda, que também não fala alemão, mas ele sempre me ajuda. E também o Axel, porque ele fala português também e sempre vem me ajudando, a gente sempre conversa e é uma grande pessoa também que eu coloco ele como exemplo porque é um grande atleta profissional e guerreiro também, é um cara que eu sempre estou falando com ele, sempre me ajuda, gosto de ver ele jogando, porque tem muita qualidade também, é uma grande pessoa. E temos muitos jogadores, mas esses assim são o que dentro de campo me ajudam mais também por várias questões. E fico muito feliz com essa ajuda, podendo aprender sempre mais. Samstag, temos o nosso Top-Spiel contra Leverkusen. Como você vê a situação? Eu acho que amanhã vai ser um grande jogo, um grande clássico. Borussia Dortmund e Leverkusen. Sempre quando a gente se enfrenta, é um grande jogo, duas equipes muito boas. E vai ser muito difícil, vai ser um jogo bastante brigado, com muita luta, determinação. E vamos dar o nosso melhor para a gente sair com a vitória, que é o mais importante, com os três pontos. E acredito também que vai ser um jogo bastante difícil para os dois lados. Em nosso último jogo contra Leverkusen, você teve o primeiro jogo da Bundesliga. Como grande é a esperança de estar aqui no dia? Como grande é a esperança de estar aqui no dia? Foi o meu primeiro jogo como titular que eu comecei. E foi um bom momento ali. E espero que eu possa jogar. Tenho certeza que eu vou estar preparado para essa grande partida. E o mais importante é que temos que sair com a vitória, e que é o mais importante para todos nós. Eu dico a todos os dois, para que você tenha saudade, para que você tenha saudade, para que você tenha saudade para Borussia Dortmund. Você tem muito tempo para Borussia e nós muito tempo para você. Muito obrigado, mas agora vamos continuar com a nossa pergunta. Agora vamos para a pergunta. E a primeira pergunta é a Renier. É o Tor ou é assiste? Tor. O Tor ou é assiste? O Tor ou é assiste? Brasilia ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. O Tor ou é assiste? O Tor ou é assiste? Black ou é assiste? Black. O Tor ou é assiste? Os dois. Samba oder Capoeira? Samba. Maracana oder Signal Iduna Park? Uns zwei. Renje, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken dir die Daumen, dass du gesund bleibst, viele Spiele für den BVB machst und dass du viel Freude auch beim BVB hast. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Drückt unseren Jungs morgen in Leverkusen auf jeden Fall die Daumen bei Sky könnt ihr schauen, im Netzradio könnt ihr es hören. Vielleicht seid ihr aber auch im Stadion dabei oder bei WDR 2 oder wo es auch immer läuft. Das läuft ja überall. Das war's. Tschüss, macht's gut, der Nobby und Até amanhã in Busca da Vitória. Tamo junto. Valeu.